Hey Leute und willkommen zu einem weiteren Nicht-Lachen-Video! Oh ja Leute, ich bin auf jeden Fall mega gespannt und ich denke, ihr versteht das Prinzip schon. Wenn ihr es nicht kennt, dann ist es eigentlich ziemlich leicht erklärt und zwar schaue ich gleich Memes an und jedes Mal, wenn ich lache, werde ich an kleine Streamer eine gewisse Summe spenden, die nicht gerade wenig ist und mich ziemlich bluten lässt, was meine Einnahme betrifft. Ja, und ja Leute, wenn euch die Videos gefallen, könnt ihr natürlich gerne einen Daumen nach oben und ein Abo der Nosten wäre super lieb und ich würde sagen, wir fangen jetzt an mit den lustigen Memes. Raaah! Haben die gerade wirklich ein Baby gegen ein Getränk eingetauscht? Ich wusste nicht, dass man so einfach ein Getränk bekommen kann. Alles gut! Oh, so süß! Alles gut! Komm schon, nicht lachen! Alles gut! Nur mehr gelacht bis jetzt! Ich habe mich auch ein bisschen erschrocken! Das zählt jetzt aber nicht, Leute! Das zählt auf keinen Fall! Das war nicht fair! Oh Mann! Das sind halt immer die Tiere, die mich zum Lachen bringen, jedes Mal! Das war jetzt kein richtiges Lachen, aber es war schon ein bisschen so, das Funky Kicher! Okay, Leute, den ersten Streamer, dem wir Geld spenden, ist hiermit ein Kollege von mir und ich finde, der hat das Geld auf jeden Fall verdient und ja, er kriegt jetzt eine gute, ordentliche Spende. Was für zu weh tun? Oh Gott, oh Gott! Ich verheirte das mega, Leute! Das ist dein Puls rechts oben, Leute! Oh Gott! Oh Gott! Bist du bescheuert! Das ist dein Puls rechts oben, Leute! Das ist dein Puls! Oh mein Gott, das ist dein Puls! Nein, wir bringen ihn doch zum Herzstillstand! Oh! 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 Oh Gott! Oh Gott! Oh! Oh Gott! Ja, tanzt du mich, Timmit! Ja, scheiß drauf! 100... 150er P... Oh, Puls! Oh, shit! Der Puls! 160, ich glaube ich spende! Äh... Es was für den Beat gehen denn? Beat! Putz kitz ! Ah, ich kann hier nicht mehr! Warte! Ich kann jetzt nicht mehr! 157... Machen' Fortnite-Tanz, bitte! Oh ja, jetzt die Musik bitte einblenden. Okay, jetzt komme ich durcheinander. Junge, bist du bescheuert? 1000 Euro, Doni? Are you kidding me? Es ist einer der dümmsten Formate auf meinem Kanal. Ich bin ganz ehrlich. Wenn man sich komplett zum Affen macht. Im Internet. Ja. Ich quäle gerne andere Menschen, Leute. Bin ich ganz ehrlich. Max, ich liebe dich. Ich liebe dich auch, Timmy. Bitte küsst du mich. Oh mein Gott. Und der 65er Puls. Okay, Leute. Ich würde sagen, das war es auf jeden Fall mit der interessanten Reaktion von Timmy. Gott sei Dank geht sein Puls jetzt langsam mal nach unten. Und holy shit, Leute. Ich verlinke, wie gesagt, jeden einzelnen Streamer in der Videobeschreibung. Ihr könnt gerne bei dem mal vorbeischauen. Und ja, ich würde sagen, wir machen jetzt weiter mit dem Memes. Ja. Ich muss mal kurz was aus. Komm. Das war eher süß. Das ist süß, Leute. Das ist einfach nur süß. Das ist nicht witzig. Oder müsst ihr dabei lachen? Wenn ihr dabei lachen müsst, WeChamp. Ganz ehrlich. Ich ruhe selbst, Leute. Oh Mann. Es ist so schwer. Alle paar Sekunden. Oh, Tiere. Tiere gefährlich. Tiere gefährlich. Das kann mein Hund... Oh, können wir ganz kurz ein Bild von meinem kleinen Hund einblenden von Nala. Ich habe ja zwei Hunde, Leute. Simba und Nala. Und Nala drückt auch immer die Zunge so raus. Das ist so niedlich. Liebe das. Sorry. Eigentlich gehört das nicht zum Video dazu. Aber egal. So. Mein Scream. Okay. Sein Schrei. Schlechtes, wer lacht. Ha. Ich lache nicht. Leute, ganz ehrlich. Die Clips sind gut. Aber nicht gut genug für mich. Was ist das für ein Hund? Oh Mann. Warum muss ich das jetzt sagen? Oh Mann. Okay, Leute. Neuer Streamer. Edeka Swagaboy. Äh, ja. Edeka 420 mit Edding im Gesicht. Warum? Fragezeichen meins. Swagboy 1871337. Skrr. Sellout Stream. Da spenden wir jetzt rein, Leute. Der hat sehr gute Laune. Spende gleich Edding an beliebiger Stelle. Kannst du meinen Namen auf deine Brust oben schreiben? Smiley. Ich glaube, meine Dings wird nicht angezeigt. Digga. Das Ding ist, ich habe noch nichts eingestellt, Jungs. Ich habe Retalk noch nichts eingestellt. Er hat nichts eingestellt, Leute. Und ich spende die 1000 Euro. Ich habe hier. Ah, chili. Ich habe angeblich 1000 Euro Dono bekommen. Ja, was für angeblich hier. Die haben 974 Euro für Maxify erhalten. Das ist ein Witz. Warte mal, Schirr. Oh Gott. Es ist der echte Maxify. Oh mein Gott, es ist der echte Maxify. Halt dich. Halt. Ja. Halt. Moin. Nein. Oh mein Gott. Halt dich. Ja. Ich habe so viel... Chill, 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 chill. Ja, Reaktion endlich. Ich habe für fünf Minuten gewartet. Ich habe alle meine Schulden bezahlt. Alle meine Schulden bezahlt. Ich habe alle meine Schulden weg. Ich habe lieber 700 Euro Schulden. Ich habe meinen Führerschein verloren. Ich habe mein Auto verloren. Ich habe meinen Job verloren. Ich habe alles verloren. Ich habe wirklich alles verloren. Das einzige, was ich habe, ist meine Freundin. Und ich... Ich fange nicht herzuholen. Immerhin hat er eine Freundin. Ich habe keine, Leute. Er ist auch in der Videobeschreibung verlinkt. Schaut auch gerne bei ihm mal vorbei. Er hat richtig Bock zu hassen. Also könnt ihr auch gerne bei ihm vorbeifeln. Er hat super gute Laune. Swag, swag. Swagger die out, Leute. Leute, ihr könnt mich auch mega unterstützen, indem ihr euch einfach vielleicht, wenn ihr möchtet, euch das Buch von mir holt. Der Link dazu ist in der Videobeschreibung. Oder ihr sucht auf Amazon nach Maxify's Buch. Wenn ihr euch das Buch holt, könnt ihr natürlich gerne auch eine Rezension da lassen. Ich bin euch übertrieben dankbar. Und ja, vielen, vielen Dank für den ganzen Support. Hab euch mega lieb. Danke für jeden Like. Danke für jedes Abo. Und ja, vielen, vielen Dank dafür, Leute. Das war richtig gut gerade. Holy. Nein, tu es nicht. Tu es nicht. Oh mein Gott, nein, nein, nein. Lass die nicht fallen. Wie kannst du nur die Schülkröte fallen lassen? Oh nein, nein. Ey, wer ist jetzt noch weitergegangen, hätte ich legit gelacht. Ich hätte wirklich gelacht. Das war richtig gut. Warum tut sie das? Warum? Okay. Warum? Warum? Ich vergesse immer wieder, worum es hier eigentlich geht. So, okay, Leute. Nächster Streamer ist TheCatHead, okay? So. Okay, dafür, dass er mich eben mega gebetet hat mit seinem Spendenlink, habe ich trotzdem den richtigen Spendenlink gefunden. Gucken wir mal, wie er darauf reagieren wird, Leute. Ich bin echt gespannt. Und von denen gibt es halt so ultra wenige. Chillige Brie, kleiner dan 3. Was? Dankeschön für die Donation, aber ich muss mal kurz gucken, von wem die war. Von mir. Warte mal. Maxify. Wer ist Maxify und warum schenkt Maxify in dem Fall? Danke erstmal, aber was? So was habe ich also noch nie erlebt. Wie kommt es denn zu so? Also ich meine, das ist horrende Summe. Richtig. Habe ich auch noch nicht so erlebt. Ja. Beste Reaktion bisher. Aber jeder Mensch reagiert ja anders darauf. Ach ja, und Leute, auf meinen Drittkanal mache ich derzeit auch extrem viele Reaktionen. Also, falls ihr mehr Reaktionen sehen wollt, wo ich aber kein Geld spende, Leute, dann schaut einfach in der Videobeschreibung vorbei. Oder sucht auf YouTube nach Maxify Reacts, dann werdet ihr mich finden. Und ja, vielen, vielen Dank, Leute. Hab euch lieb. Bitte nicht. Ich darf jetzt nicht lachen. Nicht direkt danach. Es ist so süß. Es ist so süß. Das sieht jetzt nicht. Nein, das sieht nicht. Oh Mann, ich hab's nicht erwartet. Ich darf mir so... Oh mein Gott, wie süß das Kind lernt laufen. Und auf einmal... Oh mein Gott, der Gott fährt jemand hin. Schnipseljagd. Ja. Nächste Person ist Akinella. Und anscheinend hat sie heute Geburtstag, Leute. Ja, meine Spende ist da. Ja. 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 Maxify kennt man wahrscheinlich, aber what the fucking hell. Ja. Ja. Danke. Keine Ursache. Ich bin zwei Sekunden. Was? Ich hab ein Sub bekommen. Ich hab ein Sub bekommen. Ich bin jetzt cool. Okay, gut. Das war Akinella. Sie ist auch in der Videobeschreibung verlinkt. Genau wie die anderen Streamer, Leute. Machen wir weiter. Ja, kaum. Warte. Ist das dieser Süße? Okay, das klingt jetzt mega weird, wenn ich das so sage. Ja, das ist dieser Süße. Oh mein Gott. True, ich kenn dich doch. Du bist der Süße. Ich hab dir damals gesagt, dass du süß bist. Ich bin ein Video, der sich gezeigt hat. Ja, genau. Das ist doch irgendwie awkward, Leute. Ich kann mit Komplimenten nicht umgehen. Ja. Nein. Weiß nicht, was ich jetzt tun soll. Okay, sie kennt mich anscheinend auch. Machen wir weiter. Zieh durch, Hamster. Ich lach nicht. Aber das ist cool. Oh, ein Hund. Oh nein, der Hund. Oh, Sünde. Der hätte jetzt zwei Leckerlis verdient. Sicher. Das ist süß. Das ist süß. Warum hat sie so eine Lache? Die ist voll ansteckend. Aber ich hab's geschafft. Irgendwas aufgebaut. Warum liegt da unten jemand drin? Ich verstehe die Welt nicht mehr. Jo. Oh nein, wie Sünde. Oh nein, die arme Katze. Oh nein, das ist ja so übertrieben Sünde. Oh nein, das ist ja so übertrieben. Ich kann nicht weinen. Ich kann nicht anzuweinen. Die arme. Aber der Hund macht alles wieder besser. Oh. Oh shit. Leu. Süß. Einfach nur süß. Könnte eh sein, Alter. So viel kann ich auch essen. Oh nein, das ist ja so übertrieben. Das zählt nicht als Lachen, oder? Das zählt nicht als Lachen. Ich habe ein bisschen gelernt. Ganz wenig nur, das zählt doch nicht, oder? Warum ist das so was? Oh Mann! Oh Mann, ich habe so gesehen, gerade doppelt Verzweigelclips verloren. Aber ich zähle es nur als Eingeklip, ganz ehrlich. Oh Mann, das gucke ich mir hier an. So, okay Leute, nächster Streamer ist Krabbi. Ich spende ihn jetzt auch 1.000 Euro. Mal gucken, wie er darauf reagieren wird. Und das wird, glaube ich, eins meiner letzten Nicht-Lachen-Videos, glaube ich, sein. Ganz ehrlich, das frisst mir zu viel Geld. Ja, 1.000 Euro Spende. Ja, ich werde arm, Leute. Ja. Okay. Kannst du für mich einen Krabbentanz machen? Maxify? Ja. Also, ich weiß nicht, was ich... Der Echte? Der Echte. Kannst du für mich einen Krabbentanz machen? Alter, ich muss mal ganz kurz... Ich muss mal ganz kurz... Ich kann... Ist das die Zeit? Hä? Ich bin verwirrt, ich habe dich verstanden gerade. Ja, aber was soll man da sagen? Dankeschön. Willst du einen... Einen Moonwalk kann ich für dich machen, Maxify. Das ist drin. Krabbentanz wird schwer, aber ein Moonwalk... Aber ist das so wie Krabbentanz... Wenn die Krabben laufen, ist es doch quasi wie ein Moonwalk, oder? Ja, ich nehme einfach alles an. Einfach... Ich nehme einfach alles an, was cringe ist. Natürlich, ich könnte jetzt sagen, danke, aber das ist ja alles... Das ist alles nicht genug. Deswegen sollst du auch tanzen. Ich versuche meinen Moonwalk. Ja, versuch den Moonwalk, komm. Ich versuche meinen Moonwalk. Oh, let's go! Warte mal, ich muss nochmal neu machen. Aber er macht nochmal neu, okay. Ja, 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 der ist gut, der gefällt mir. Oh, der macht wieder zurück. Ich finde ihn gut, ehrlich gesagt. Ich könnte das nicht. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Brauchst du nicht sagen. Keine Ursache, ich helfe gerne, Leute. So, okay, Leute, das war's mit dem Video. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ihr könnt, ihr natürlich gerne einen Daumen nach oben und ein Abo lassen. Es würde mir mega viel bedeuten. Schaut auch gerne, wie gesagt, bei meinem Buch vorbei. Der Link dazu ist in der Videobeschreibung verlinkt. Schaut auch bei den anderen Streamern vorbei. Die sind auch alle unten verlinkt. Wäre mega nett. Rechts kommt ihr zum letzten Nicht-Lachen, aka auch Spenden-Video. Links kommt ihr zu einem von meinen drei Kanälen. Ich würde sagen, das war's mit dem Video. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ich kann nicht reden. Mua! 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 Mua!